Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unreal. Begeben wir uns mal hier zum ähm, zum Generator Ah ne, da kamen wir ja her Ne, da kamen wir glaube ich her Das kommt wahrscheinlich mehr oder weniger aufs selbe raus Gut, die Türen sind offen, die Frage ist, wo sind diese Türen? Hier ist ja leider immer noch zu, oder? Blöd Vielleicht gehen wir einfach mal diesem Gejammer nach Scheint aber auch nicht so viel zu bringen Ah, jetzt vielleicht? Ne Immer noch nicht Da waren wir schon Wir haben Gegner neue Da oben Wie es scheint Vielleicht sollen wir dann mal gucken, dass wir da hochkommen Hier ist immer noch zu Hm Ja stimmt, es kann glaube ich echt gut sein, dass wir noch eine Etage höher müssen hier Warte mal, habe ich da jetzt den Knopf schon gedrückt oder nicht? Ne Das war auch noch so angenehm, ruhig So, gelesen wäre das soweit Dann gehen wir mal wieder hier hin Jetzt kommen wir hier rein, oder? Jupp, hallo Okay Und das war's Bist du hier so Generatoren... Ah, aber du bist der, der gerade hier rumgeballert hat, ne? Hui. So viel Muni? Wofür das denn? Vielleicht ist das Spiel einfach nur freundlich. Zack. Hm, da ist noch mehr Zeug. Alles hier... Na gut. Brauchen wir das. Rüstung wäre vielleicht ganz schön, aber ansonsten... Da ist der Generator. Das sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet. Hm? Ah, du bewachst das, oder wie? Bleibt da! Ja, hier ist aber Platz zum Ausweichen. Das ist ja immer ganz schön. Oh, cool. Will ich mich jetzt schon wieder auffrischen? Ich glaube, ich warte mal noch. Ah, hier ist aber... Damit will ich mich gerne auffrischen. Das deckt ja ein wenig. Okay, das ist jetzt nicht das Richtige. Jump Boots. Deswegen gab es wahrscheinlich so viel Muni, weil wir jetzt hier die ganzen Wachen wahrscheinlich ausschalten müssen, oder? Das hat jetzt mal eigentlich funktioniert, meine Herren. Der nächste, jawohl. Sogar zwei nächste. Hm-hm. Hm-hm. Das hältst du schon davon. Nicht allzu viel, habe ich den Eindruck. Aber wie gesagt, dann ballern wir euch halt alle mal weg, bis hier mal wieder Ruhe herrschen sollte. Da hängt ein Kabel rum. Hm-hm. Und dann haben wir auch wieder einigermaßen Muni für sich gerade. Schön. Das war's mit den Boots. Okay. Zwei weniger. Drei weniger. Und das war's wohl, ja. Oh. Die Schatten wird auch schon. Aber jetzt haben wir übrigens mal Platz hier zum Ausweichen. Das ist ja ganz nett. Das ist echt ganz angenehm. Und noch Pfeiler, wo wir uns dann hinten dran verstecken können. Ah, der Kampf geht deutlich besser, muss ich ja zugeben. Okay. Du meinst, wir sollten auch mal hier auf Raketen setzen, hm? Was meinst du denn? Du alter Dämon, du. Ja, ich glaub, der hat nicht einmal getroffen. Gut. Dann würde ich sagen, hol ich mir die Dinger noch. Dann müssen wir mal gucken, wie ich den Generator ausschalten kann. Ähm. Ich dachte gerade schon. Darf ich etwa nicht? Das ist wohl nicht so erfolgreich, hab ich den Eindruck. Ah, ich glaub, hier kam eine Plattform runter. Es düngült. Und geht kaputt. Ups. Und dann sollte ich da wohl mal rausrennen, okay? Ist klar. Dann machen wir das nochmal. Dup, 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 dup. Low Forest. Hm. Ich glaub, wir gehen mal wieder, oder? Vielleicht fällt dann jemandem auf, dass das alles kaputt gegangen ist. Und wir werden da nicht für verklagt. Hoi. Dunkel. Wieder hell. Ne, doch nicht. Uah, Spinnen. Ah, jetzt ist aber hier alles frei. Das ist doch cool. Hier. Biomüll. Seid Bio-Spinnen. Da geht halt einfach mal drauf. Gesamtweise geht's hier auch nach unten. Vielleicht sollten wir da mal hin. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Oh. Geist. Warte, ich komm mit. Okay, wir können nur was schaden. Ah, das sind wahrscheinlich dann die Experimente hier, denke ich mal. Oder ein weiteres Experiment. Moment. Na ja, das war's dann mit dir. Hm. Oder sind wir jetzt wieder hier zurück in dem Raum? Ja, scheinbar. Hm. Okay. Der Raum war alles irgendwie kaputt. Kannst du sagen, dass die schwächer geworden sind? Nee. Ich glaub, da hat einfach nur der eine Schuss gerade gut gesessen. Hm. Ach stimmt. Oh, ich hab mir echt lange nicht mehr, fällt mir mal ein. Oder ihr habt die Schilde lange nicht mehr benutzt. Oh nee. Die anderen haben auch alle rot geblutet, glaub ich. Noch einer. Von diesem Experimentellen. Ah, jetzt sind aber die ganzen Dinger hier frei, schätze ich, oder? Warum hilfst du mir eigentlich nicht? Du warst eingesperrt. Du sollst froh sein, dass ich dich gerettet habe. Aber ich schätze, haben wir jetzt vielleicht so ein bisschen was an Backtracking noch vor uns, oder? Wie sieht's aus? Das Zeug hier. Das kriegt noch mehr Spinnen. Noch mehr davon. Was genau bringt euch das Zeug eigentlich, sag mal? Und da ist die ganze Energie schon wieder weg. Ich glaub, jetzt sind wir hier die richtig fetten Gegner hier. Also schweren. Was ist die hier aushalten? Aber du bist halt auch so eine Art Zwischenboss, ne? Boah. Naja, eigentlich wollte ich da oben bleiben. Eigentlich finde ich sie ja ganz praktisch. Und hab den Eindruck, es könnte weitergehen. Ah, Spiele. Im Sprung erwischt. Hm, scheinbar geht's hier auch weiter. Oha. Hier war ich ja, glaub ich, noch nicht. Sieht doch gar nicht mal so reizvoll aus. Ah? Achso. Ähm. So, Translator. Okay. Autorisierung. Ähm. Ja. Freigestellt. Oder erteilt. Ähm. Den Notfall-Power-Supply. Also Notfall-Strom-Versorgung. Aktivieren. Na, mal gucken, ob wir das machen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ist das die Notfall-Strom-Versorgung? Gut, da bin ich mir doch sicher, das zu machen. Da haben wir noch so ein Teilchen-Zeug. Ah. Antikammer. Hi. Dummerweise habe ich hier viel zu wenig Leben gerade mal wieder. Habe ich noch Seeds da? Ja. Eine. Hm. Das wird, glaube ich, nicht allzu viel bringen hier. Ja, da ist erst mal zu. Ach so, ja, Licht könnt ihr eigentlich mal ausmachen. Na gut, ein bisschen was haben wir jetzt ja wieder. Ganz übel sieht das ja auf einmal ja nicht mehr aus. Aber wie gesagt, es geht echt schnell. Es ging uns vorher noch richtig gut. Und zack, ein paar stark Gegner. Und alles wieder weg. Dankeschön. Also, wir sind wieder hier. Rücken, oder? Herrgott, diese Scheiße mit diesem Ausweichen. Ich will mich da nur rantasten, nicht runterspringen. Vor allem, wer will denn nach vorne ausweichen? Ich meine, mit den Seiten kann ich das noch verstehen, aber nach vorne rennst du ja direkt in den Schuss rein. Ähm, Spiel. Lass mich doch jetzt mal ein bisschen vorankommen und... Ich werde gerade echt wieder ein bisschen ungeduldig. Vielleicht mache ich die Session doch jetzt nach der Folge zu... Oder beende sie nach der Folge und spiele es nicht mehr durch. Weil mit der Ungeduld kommt bei mir auch meist das Ungehaltene. Und das möchte ich dem Spiel eigentlich ja auch nicht antun. Dafür ist es wirklich zu gut. Ah, guck mal. Da haben wir ja noch ein bisschen was. Hm. Oh gut, dann... Was bringt das? Ah. Na gut, Antikammer halt. Cool. Schauen wir uns ja in der nächsten Folge mal die... Ja. Die Quelle an. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Hoffe ihr euch Spaß. Macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.